Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Part. Blaschen auf Zelda Allee und Best Twin Worlds. Wir gehen jetzt in den vierten Dungeon hinein. So, der ist hier. Hä? Ist das raus mehr? Hallo? Wenn du rein willst, musst du unser Lied mitsingen. Das kennst du doch sicher. Also, wie geht es weiter? Ich wanderte auf Weitenwegen. Zu viel Wissen führt ins Dungeon. Zum Hattemdrehen wird man zum Ganon. Hey, du hast eine tolle Stimme. Komm rein. Jetzt könnt ihr auch mal das sehen da, dieser Wächter. Das habt ihr ja letztes Mal nicht gesehen, da ich aus Versehen reingegangen bin. Okay, seid ihr bereit? Geh mal rein. Diebesversteck. Hallo. Hm? Kennen wir uns? Ach, wir kennen uns nicht. Ich hatte gerade überlegt, wie das so sein könnte. Aber du kommst gerade recht. Du kannst mich als Wachpupp... Äh, wer war Wachpupp... Äh, ich verlasse mich auf dich, Grünschnabel. Alles nicht, du kannst Luftschnabel. Tüdelü. Luftschnabel. Luftschnabel, ja. Äh, bist du denn du? Der Dieb, der Dieb. Hier ist schon die Boss hier. Also den Boss, den machen wir ja nicht. Das hab ich ja letztes Mal gesagt. Das können wir ja auch noch nicht machen. Es ist nicht mein Lieblingsdungeon in Haibu. Also doch, es ist eigentlich schon mein Lieblings-Dungeon. Es ist mein Lieblings-Dungeon in... von den regulären jetzt. Aber mein persönlicher Lieblings-Dungeon allgemein ist Schloss Lohen. Also das letzte. Aber das hier ist mein zweitliebster Tempel. Danach kommt der Ostpalast. Und noch andere. Der Schildkrötenfelsen ist auch noch ganz nice. Was ich richtig hasse, ist das Klett-Dungeon. Naja, der geht noch. Aber was ich wirklich richtig hasse, ist die Eisruine. Und der Boss des Wüsten-Dungeons. Ich lade gerade den zweiten Part hoch. Von diesem Spiel. Und wir sind gerade im wievielten? Ich glaube, im 13. waren wir auch beim letzten Mal. Ähm... Ich glaube, es ist der... Sagt er oder? Nein, der setzt er denn. Sagen wir mal, der achte. Diese Gegner kennen wir auch. Von der Link to the Pass. Tata. Das sei Monsterhörner halten. Es hat eine seltsame Form. Und es definitiv nicht essbar. Würde ich auch beschissen. Was ist das denn hier? Außer Trieb. Ich muss mich anders setzen. No, Mäuse. Raus. Da hast du es aber nicht. Schatz. Sollen wir den Weg gehen? Wir gehen natürlich nicht den Weg. Wir gehen schön diese Treppe. Tata. 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 Ja, dann wären wir hier rausgekommen. Was ist das hier? Höh. Nein, das geht nicht. Das ist ein schöner Dungeon. Fatz. Was hast du denn? Tata. 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 Fatz. Aha. Stimmt, hier brauchen wir Bomben. Aber es ist auch dieses kleine Stück da. Das nicht gereicht hat. Und wir haben vergessen zu Mama Maymay zu gehen. Und mit Maymay zu gehen. Wo haben wir denn... Oh, was ist das denn hier? Tata. Stimmt's. Ich hab das besser. Ja. das ist das Monsterherz des Dungeons jeder Dungeon hat ja seine eigene jeder Dungeon hat eine Feenquelle jeder Dungeon hat ein Monsterhorn, Monsterherz und das andere auch noch so, das ist die Dieben, die müssen wir befreien da, 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 zu diesem Knast ah, der Kompass ins Glätte so, ich kommt mal schnell, haben wir ihr was vergessen, oben nein, hier, da haben wir alle da, 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 da da, 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 da da, da, da also die ich habe ich habe schmerz schmerz das ist das war's schon das sei cool und das ist schon die hälfte des dannchen leute und sind erst sieben minuten vergangen das ja das ist die Karte ist auch ziemlich klein jetzt können wir die Olle befreien wenn sie nicht und sie ist nicht allahmen wie denn ja ja komm herr naja der Alkohol ja ein geschlossen denn sie wollte ich die hier in der Küche okay das ist der Schöchner der Betriebe aber Arne der Hand kommen die damit Höhöhöhöhöö ich muss sich verstecken hier bleib hier stehen Was 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 hier kommt keiner vorbei Und falls Weg Ihr glaubt ich die Dieben das waren sicher noch nicht alle, leider haben sie mir alles abgenommen. Monsterherz mal wieder. Das sind keine Schweine, das sind Monster. Da-da-da-da! Sind wir denn hier? Ich lass mal da stehen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hup! Hup! Komm her! Komm her Monsterherz! Hier! Ein Schalter! Ach so! Ach ja, hier! Ganz genau! Da-da! Das gab es ja im Trailer. Komm, jetzt teilen wir endlich runter. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ta-da-da-da-da-da-da-da! Und was haben wir hier? 100 Rubis. So, dann komm mal mit. Hier geht's hoch. Schnell, 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 komm mit. Du bleibst erstmal hier stehen. Du bleibst stehen! Wie sie da steht. Ab in den Abgrund mit euch. Du, nicht? Du bist nicht in den Abgrund. Komm her, her. Nein, mein Rubin. Komm her. Die große, die zweite große Truhe. Was mag da wohl drin sein? Das Dungeon-Item? Okay. Was ist hier drin? Du hast Master erzahalten. Der Schmied kann damit das Master stärken. Stärken. Pass auf! Komm mit. So, fertig. Wir müssen jetzt nur noch an den ersten Stock. Also ins Untergeschoss ein. Das ist fies hier, dieser Raum. Bleib stehen. Hier waren wir ja schon mal. Und zwar da hinten. Da, 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 da. Aha, ist fertig. Das Video. Dieser Raum ist wirklich fies. So, du kommst mit. Und bleibst hier stehen. Watz, 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 watz. Jetzt krank du uns an. Komm mit. Da, 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 da. Nur nicht hier reingehen. So, das müsst ihr alles wieder von vorne machen, glaub ich mal. Da, da, da. Oh, oh. Komm schon, ich fass. Ha, ha, ha. Warte mal. Jetzt wird's total fies. Ui. Ui, ui, ui. Hallo. Einfach hier vorbei. Schön hier vorbeiii. Da, 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 da. Ich bleib einfach nur stehen. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Oh, tschüss. Hau, ha, 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 ha. Da, 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 da. So, komm mit. Hiii, ui. Hiii, ui. Jetzt wirst du. Halt auf. Geh weg. Jetzt wird's total fies. So. Bleib mal da stehen. Und tschüss. Und tschüss. Huuuuu. Ich hab selber noch runter. Okay. Komm mit. Wo sind wir denn jetzt? Tschüss! Geh alles wieder. Swim! Da 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 Kriegst du mit? Danke, Danke! Das ist aber besser. Das ist doch mit. So! 100 rubies! So! Komm mit! Was? Ausgesperrt. So. Nein, einfach. Was? 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 Warum ist mein Internet jetzt aus? Ach so. Komm jetzt. Das haben wir uns verschlossen. Ach so, das geht ja jetzt gar nicht. Okay, dann seht ihr also jetzt den Boss. Können wir jetzt noch machen müssen. Äh, die Tür geht aber nicht auf. Ich hab den Schlüssel vergessen. Ach ne, der ist auch... Hallo, du bist auch mitkommen. Ne, dann halt ganz langsam. So, da bleibt stehen. So, da bleibt stehen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt. 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 Ja, äh, ja, äh, ja, ich kann nicht nur noch kommen. Da, 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 da. Da, da, die Tür Active macht. Nein, nein. So, da, 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 da. Ja. So. Was ist denn jetzt los? Ihr Narren, glaubt ihr immer, dass ihr mir kommen könnt? Wenn ich vorstellen darf, der Endbus. Blind. Wo ist er denn hin? Was, 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 was? 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 Hm? Was, 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 was? Uh, 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 uh. Da, 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 da. So. Ha! Ö, ö, uh. Huh, wuh, 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 wuh. Das brauche ich doch nicht. Oh! Weg! Am besten immer von hinten angreifen. Bist du beglobt? Was machst du jetzt? Wie früher! Au, au, au! Er macht Hackfleisch aus mir! Los, stirb doch mal, du oller Typis! Ja! Da stecken! Wir haben es geschafft! Wir können jetzt die Töte hören, komm! Halt! Hey, ich möchte schon nach dem Bild! Ach ne, das ist so, ja. So ist ja an dem anderen... Ah, da kommen wir raus! Da hinten das Haus! Hä? Hä? Ey, konnte ich da die ganze Zeit nicht schon rein? Ich glaub das nicht. Ach ne, das war verschlossen. Das hier ist es, oder? Aha. Hm, Ostfahler! Ja, ja, und tschüss! Hm, hm. Da-da-da! Heiß-Container! Und Ostfahler! Die Halle der sieben Weisen! Die Halle der sieben Weisen! Bin ich! Du bist auch der Junge von der Schmiede! Wie kommt es, dass du hier bist? Das ist- Ah, das ist- well-uitarterschwertUp Ja-ja... Das ist jetzt, das ist aus Asperger. Das sind Sandstab erhalten. Von chic没ать日本 alsinoid店朋友. Herzl來點, da... Da! Also hier kommt – iverselltitel ein — die Hand SO54 ja aber hallo hey gib mir den Sandstab den müssen wir uns wohl selber nehmen da dann gehen wir mal gehen wir doch mal zu unserem Haus zu unserem Haus da wohnt die Maus bla bla pats 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 au der braucht lange jetzt wird er das geht ihr gar nicht also mach ich jetzt hab ich uncool was 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 ist hier was drin nein zunächst was haben wir denn Schloss Lowell hier haben wir Schloss Lowell der letzte Dungeon Schloss Lowell Spechern ok hm hmm dadadaaa wuuua wats 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 ouais mei 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 Also muss es hier drin sein. 23! Da ist unser Haus! Schlütz! Au! Hier hinten? Mai Mai! Da 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 da! Da 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 da! Okay. Ein weiteres Mai Mai! Gehört uns? Ja! Bla bla! Ein weiteres Mai Mai! Bye bye! die eine Wetterhahn die das Haus das versteht die Erkrankung die die Kinder und die Brühe du hast eine Flasche erhalten und dann kann sich mit dem unsere dritte Flasche jetzt hat er was noch vorne äh total anders aufgenommen so, war's das denn erstmal von diesem Part? ja das war es diesmal von diesem Part da ich sage, ich habe das Schraube hallo Rostel, du lebst! ich bin jetzt in Zelda in Sicherheit Weiß ich nicht ich versteh dich, ja, das ist eine Lüge oder? Lüge, 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 Lüge diese Spalt überall hat sich zuerst verbreiten auch getan du weißt, ich bin jetzt in Zelda das Master Schwert Aha ok, gehen wir in unser Haus und dann beenden wir jetzt den Part äh Seiner hält der Gegenstand auf den du so lange gewartet musst äh, so lange gewartet hast ist endlich da Der Sandstab Jaja, den nehmen wir ja gleich coil da kann ich es jetzt auch willst du denn auch will es denn Da ist jetzt etwas drin, das noch wichtiger ist als mein eigenes Leben. Bis zum nächsten Mal und tschau.